Musik Den Garten sollst du fotografieren? Oh Bruni, jetzt lass doch mal. Ich brauch die Fotos. Also ich muss wirklich plämpläm sein, ja? Du lässt mich hier bei den Bauern alleine und ich helf dir auch noch dabei. Wie wär's, wenn du mithilfst, einen Nachmittler auszusuchen, hm? Alleinstehend, vermögend und männlich. Es reicht ja wohl, wenn sich eine von uns als Unglück stürzt. Was sagt eigentlich Mira dazu? Die weiß es noch nicht. Aber ich hol sie jetzt ab und ich sag sie auf der Fahrt. Ach was? Weißt du, ich glaube, sie langweilt sich sowieso hier in der Provenz. Ich wünsche dir das doch da einfach. Viel schön. Was du nicht sagst. Musik Beeindruckend, oder? Ja, schöner Blick. Großzügig. Und geniale Gestaltungsmöglichkeiten. Also hier können Sie wirklich Wände ziehen, wo Sie wollen und wie Sie wollen. Entschuldigung. Kein Problem. Sekunde. Weißt du was? Hi. Ich hole nur die wirklich privaten Wände mit Wände. Ich hole Mira gerade von der Schule ab. Und? Hast du es dir auch noch nicht anders überlebt? Hältst du mich für so bescheiden? Die tollste Frau der Welt sagt ja und ich mache ein Rückziel. Was sagt Mira? Ähm, ich sag's dir gleich auf der Fahrt. Du, stell dir vor, Bruni hat heute schon die Fotos für die Anzeige geschossen. Ich wette, nächste Woche habe ich einen Nachbieter. Ach, Mist. Was? Ich? Ja, du. Ich meine doch immer nur dich. Mit allem, was ich sag und tu. Wo bleibst du denn so lange? Sag mal, war irgendwas? Nein. Und warum trödelst du dann so? Die Wochenenden sind eh so kurz. Jetzt reg dich nicht auf. Dieser Mann bedeutet mir was. Fahren wir jetzt los. Ja. Er ist verrückt nach Pferden. Du wolltest unbedingt reiten lernen. Also, Robert hat mich gestern gefragt. Sag mal, kannst du dich noch an Manolo erinnern? An wen? Nein, in Spanien, letzten Sommer. Du wolltest jede freie Minute mit ihm verbringen. Mama, was hat Robert dich gefragt? Wir wollen heiraten. Aha. Schön, war hier abzusehen. Und weiter? Weiter? Ja. Wir wollen zusammenziehen. Zusammenziehen? In unser Haus? Mensch, Mama, wie soll das gehen? Das wird doch viel zu eng. Blöde Idee. So daneben. Aber mein Zimmer bleibt für den Tabu. Kapiert? Verstehe. Robert? In der Küche. So. Und jetzt machen wir drei uns ein schönes Wochenende. Entschuldigung. Ging nicht früher. Und, hast du mich schon vermisst? Vermisst? Ich warte schon mein ganzes Leben auf dich. Oh. Was sind da schon 34 Minuten und 15 Sekunden? Ich packe erst mal aus, okay? Ja. Hi, Mira. Mira, bitte Finger weg. Ja, du machst die ganze Mechanik kaputt. Hier, frisch gepresster Apfelsack. Mama mag keine Minze. Ach nein? Okay. Und du? Magst du denn Lammkeule? Wurzelt nämlich schon in den Backofen. Ich ess kein Fleisch. Ah. Ja, dann, dann... Dann komm mal her. Dann zeig ich dir was. Na komm, eine Überraschung. Hier. Schau mal. Die Ablagen, die machen wir in Marmor. Der Boden der Dusche, der wird ein ganz klein wenig versenkt. Was soll das werden? Ein Bad. Ich trenne da drüben acht Quadratmeter ab. Hier, von Giuseppe. Du baust was? Du bekommst dein eigenes Badezimmer. Oder hast du bloß jeden Morgen durch unser Schlafzimmer zu marschieren? Ein Bad fürs Gästezimmer. Ein Bad fürs Gästezimmer. Ihr wollt hier einziehen? Mist, baust du. Ihr alleweil... Mira! Herrgott, nochmal, deine Mutter und ich wollen glücklich sein. Ist das so ein Verbrechen? Und was wird aus mir? Schatz, weißt du, wir haben ja noch nichts entschieden. Weißt du, wir, wir... Hier gibt's Top-Schulen. Du findest noch neue Freunde. Hier um die Ecke gibt's ein Fitnessstudio. Die Schule soll ich auch noch wechseln. Niemals. Eher bringe ich mich um. Sag mal, ich... Ich denke, du hast mit ihr gesprochen. Ja, übers Heiraten, aber nicht übers Wohnen. Warum denn nicht? Warum kannst du ja nicht klipp und klar sagen, was Sache ist? Tut mir leid. Meine Schuld. Ist jetzt besser, wenn ich mit ihr alleine bin. Allein? Was soll das heißen? Ja, dass ich nach Hause fahre. Nach Hause? Saskia, du... Du bist doch gerade erst gekommen. Das gibt's doch gar nicht. Deine Tochter versaut mir den Boden und... Und du tanzt nach ihrer Pfeife. Das geht so nicht. Robert, es tut mir genauso leid wie dir, aber... Mira steht an erster Stelle. Das habe ich dir immer gesagt. Das musst du verstehen, ja? Warum ist immer alles so kompliziert? Du hast mir gesagt, ich sei das Wichtigste auf der Welt. Mensch, Mira! Das bist du doch auch! Und dass du mich niemals gegen keinen Mann auf der Welt eintauschen würdest. Jetzt hilf doch mal! Ach, Mira! Siehste, ich koche uns jetzt erst mal was. Und dann... Dann reden wir in Ruhe, ja? Wenn du das nicht willst, dann ziehen wir natürlich nicht nach Menschen. Das ist doch klar, Mira, aber... Was aber? Früher hast du dir immer einen Papa gewünscht. Aber doch nicht den! Warum denn nicht? Robert gibt sich so viel Mühe. Bye. Weil ich doch schon einen Vater hab. Ich hab doch schon einen. Mensch, Mira, den kennst du doch überhaupt gar nicht. Versuch doch, mich auch ein bisschen zu verstehen. Herrje, darf ich nicht auch mal an mich denken? Mira, seit du auf der Welt bist, dreht sich doch ausschließlich mein Leben fast nur um dich. Und Robert, er hat Stil, er baut wunderschöne Häuser. Er bringt mich zum Lachen. Mensch, Mira, ich hab mich endlich mal verliebt. Gib uns doch eine Chance. Und Jule, deine Freundin, ja? Die sitzt jeden Morgen einem neuen Papa gegenüber. So was hab ich dir nie zugemutet. Stimmt's? Und du gehst doch schon bald deine eigenen Wege. Und ich? Barker. Mönchen ist so traumhaft. Glaub mir, du wirst da viel Spaß haben. Ich hab doch da selbst lange gewohnt. Mira, jetzt reicht's. Mach auf! Mira! Marrakesh. 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 Ich bin froh. Mira? Liebe Mama, mach dir keine Sorgen, bin in ein paar Tagen zurück, hab dich lieb, Mira. Was? Lassi? Was ist mit Mira? Wie, wie Rucksack? Ja, und Jule, ich meine, hat gar keine Ahnung, wo Mira sein könnte? Keine SMS, kein Anruf, gar nichts? Ja, nein, nein. Ja, ich weiß. Ja, macht nichts. Vielen Dank. Lassi? Was ist denn passiert? Hatte dir Streit? Wow, wie siehst du denn aus? Das ist ja meine Freundin raubt mir den letzten Nervlook. Hast du irgendeine Ahnung, wo sie sein könnte? Nein. Hat sie Geld dabei? Gute Frage. Ja? Ach du bist's. Vielleicht ist sie aber bei deiner Mutter. Du hast mir doch immer erzählt, dass sie so an ihr hängt, hm? Robert, meine Mutter lebt auf Teneriffa. Na ja, mach mir halt auch meine Gedanken. Nein, ja, ist ja lieb von dir. Hm? Ja, ich dich auch. Okay, ja, bis später. Tschüss. Das glaube ich nicht. Gut erzogen, das Kind. Sag mal, was ist denn meine Kreditkarte? Sag mal, ist die von allen guten Geistern verlassen? Sassi, Telefon! Sag mal, wo steckst du denn? Sassi? Willst du nicht mal rangehen? Hey. Was ist los? Sie hat ein Ticket gebucht. Ein was? Ein Flugticket. Die zu ihrer Oma bucht sie auch immer selbst. Nach Teneriffa? Nein. Nach Marrakesch. Wie sucht ihr einen Vater? Ich werd' wahnsinnig. Wie konnte sie mir das nur antun? Ach, das ist ja schön. Gut. Danke. Wiederhören. So. Der nächste Flieger geht um 11.05 Uhr und den kriegen wir auch noch. Hat er ein Foto von ihr? Ich meine... Weiß ihr überhaupt, wie sie aussieht? Was? Wieso? Was soll ich denn mit der? Auch in der Wüste wird es nachts kalt. Ich frag mich einfacher, ob er sie erkennt, wenn sie plötzlich vor ihm steht. Wer? Wieso? Wie denn? Er weiß doch noch nicht mal, dass es sie gibt. Du komm! Also, Sassi, ich versteh' dich nicht. Ich frag doch mal, meinst du nicht, Amin hätte ein Recht darauf gehabt, zu erfahren, dass er Vater geworden ist? Aber wie denn? Es war alles so kompliziert. Er und ich in der gleichen Firma. Und die gehörte auch noch seinem Vater. Ach, Sassi, ich liebe dich. Jetzt fahr doch! Das Schöne ist, mit dir an der Seite wird's nie langweilig. Hey! Was willst du hier? Was ist deine Fabrik? Hier gibt's nichts zu sehen. Entschuldigung. Du hast ja nichts zu suchen, also geh. Ich würde gerne... Du bist hier falsch. Also los jetzt. Ich sag's nicht noch mal. Hörst du schwer oder was? Jella, jella! Und? Weiß die Polizei in Marrakesch schon irgendwas? Die reden und reden und telefonieren und telefonieren. Oh nein, Herr Hakim, der leitet jetzt die Suche in Marrakesch. Weißt du, wie groß die Stadt ist? Du musst einfach auf dein Glück vertrauen. Du findest sie ganz bestimmt. Ja. Ey. Glaub mir. Traumtänzerinnen wie du fallen immer auf die Füße. Ja. Okay. Also. Also. Ich melde mich bei dir. Ja? Ja. 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 Weißt du, er kommt. Bestimmt. Dann sagt er, Allah sei Dank. Mein ganzes Leben lang warte ich schon auf dich. Nee, das ist blöd. Er sagt, ich hab dich echt vermisst. Ja, Mann. Ja, Mann. Was? Was? Ich hab zu viele. Schau. Der Stoff bringt uns 25% Ausfall. Wir sollten die Produktion sofort stoppen. 25%, sag ich doch. Die sind kalkuliert. Das Material war so gut wie geschenkt. Dachte ich's mir doch. Vater, lass uns doch endlich auf Qualität und Klasse setzen. Was willst du? Den Berg zeigen, wo die Sonne aufgeht. Die Produktion läuft weiter. Den Berg? Ich bitte dich. Wir sind ein kleines Fischerboot auf dem globalen Weltenmeeren. Und auf dem Kurs Massenware bringen uns die Asiaten mit ihren Hungerlöhen zum Kentern. Das Thema ist erledigt, mein Sohn. Gut. Herr Monsieur Bacca, Sie haben Ihre Tasche vergessen. Danke. Sagen Sie bitte meinem Vater, ich bin sofort zurück, ja? Ja, Scher. Bist du verletzt? Bist du verletzt? Tut dir was weh? Hallo? Ich brauch dir einen Notarzt. Einen Notarzt? Bitte nicht. Keinen Notarzt. Nein. Ganz sicher. Es tut dir nichts weh. Klar. Gut. Es hat sich erledigt. Komm, ich hälfte hoch. Dann haben wir beide noch mal Glück gehabt, ne? So. Das nächste Mal erst nach links und dann nach rechts schauen, ja? Bis dann, ja? Halt, warten Sie! Ah! Ah, mein Handgelenk. Tut das weh. Ich muss da wohl draufgefallen sein. Gut, dann bringe ich dich doch zum Arzt. Komm, steig rein. Gib mir den Rucksack. Mira heißt du. Und aus München kommst du. Da habe ich auch mal gelebt. Und du bist hier ganz alleine? Wo sind deine Eltern? Ähm, oh, die sind, äh, die sind im Hotel. Im Hotel? Mhm. Hallo. Guten Tag. Kommst du bitte mit? Wohin denn? Der Doktor, der hätte jetzt Zeit. Ich warte hier. Ich glaube, ich glaube, mein Handgelenk, das tut schon wieder. Das ist schon wieder voll okay. Okay. Doch, ehrlich, tut gar nicht mehr weh. Gut. Dann rufen wir jetzt deine Eltern an und die holen dich hier ab, ja? Aber meine Eltern, meine Eltern können mich auf gar keinen Fall hier abholen, weil... Weil? Weil die treffen sich mit wichtigen Leuten. Außerdem... Außerdem komme ich ganz gut alleine zurecht. Hast du was am Bauch? Ja, mein Bauch. Ja, mir ist zu schwundrig. Ich glaube, ich muss was trinken. Hier ist zu heiß. Na gut. Dann komm. Viel besser als bei den Marokkanern in München, auf denen meine Mutter so steht. Das ist echt lecker hier. Echt? Du hast hier was. Wie jung du bist, Wahnsinn. Du? Gut, bleiben wir warm, du. Jung, sagst du, ja? Danke. Danke für die Blumen. Ich schätze mal, wenn das aus deinem Mund kommt, ist das ein besonderes Lob. Aber ich denke, ich könnte dein Vater sein. Hallo? Ja? Nein, 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 ich bin gleich da. Ja, tut mir leid, es ist mir etwas dazwischengekommen. In 30 Minuten bin ich bei Ihnen. Ja, ja. Kein Problem. Ich muss jetzt gleich zum Bahnhof. Sonst bringen die es noch fertig und schicken meine Ware zurück. Aber ich muss dich noch ganz dringend was fragen. Du magst auch keine Tomaten? Da haben wir beide ja was gemeinsam. Bist du eigentlich... Ich meine... Hast du eine Frau? Eine wahrhaft lebenswichtige Frage. Garçon, ladet es euch, s'il vous plaît. Heißt das jetzt ja oder nein? Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Ja oder nein? Also, Mademoiselle, indiskret. Und Kinder? Hast du Kinder? Sag mal, darf ich dich auch mal was fragen? Willst du dich eigentlich für den Geheimdienst bewerben? Oder recherchierst du für dein Schülermagazin mit dem Thema der Unterschied zwischen marokkanischen und deutschen Männern? Also, wo wohnen deine Eltern? Ähm, meine Eltern... Das Palace-Hotel. Meine Eltern wohnen im Palace-Hotel. Ich wette, deine Eltern suchen dich schon. Nein, tun sie nicht, weil ich meine, die Wahrheit ist, ich hab nämlich gar keine Eltern. Nur eine Mutter und die... Nur? Hey, du machst mich ganz neidisch. Meine Mutter verschwand aus meinem Leben, als ich fünf Jahre alt war. Also, Mira aus Deutschland. Mach's gut. War schön, dich kennenzulernen. Ach ja, und viel Spaß in Marrakesch. Mensch, Mama. Und jetzt? Mein Barca. Rümar Muni 21. Da wohnt er bestimmt. Super! Nun fahren Sie doch. Fahren Sie ein bisschen schneller. Danke. Hier. Seht zu, dass ihr ihn findet. Dann bringt ihn her. Mr. Hakim? Ja. Ah. Sie sind aus Deutschland? Ja. Kenn ich gut. Als Kind. Ich bin in Bayern aufgewachsen, wissen Sie? Meine Eltern haben in Deutschland gearbeitet. Gut. Sehr schön. Ich bin auf der Suche nach meiner Tochter Mira. Die deutsche Polizei hat mir gesagt, ich könnte mich an Sie wenden. Hübsches Mädchen, Tochter. Haben Sie schon eine Spur von ihr? Und sie ist auf der Suche nach einem Mann? Ja. Amin Bakka. Also haben Sie Ihren Vater schon erreicht? Vielleicht ist sie ja zu ihm gegangen. Ja, wissen Sie, das ist nicht so leicht. Hier in Marokko heißen sehr viele Männer Amin. Sogar Amin Bakka. Nicht traurig sein. Vielleicht hilft der Computer. Kommen Sie. Hallo? Was? Der Saskia Schiller? Und sie sucht wen? Danke. Vater, kannst du bitte für mich an den Bahnhof fahren? Es gibt Ärger mit dem Zoll. Nein, jetzt gleich. Ich kann nicht. Und was hat sie an? Aber das habe ich in Deutschland doch schon alles gesagt. Also sie hat ein rosa T-Shirt an. Das ist ein Baumwoll-Seiden-Gemisch. Und dann hat sie einen Rucksack. Da ist ein Teddy drauf. Den findet sie total peinlich. Aber den hat sie von meiner Mutter geschenkt bekommen. Der ist ungefähr so, so groß. Darf ich? Saskia. Du hast dich kaum verändert. Ja. Du bist auch älter geworden. Deine Tochter? Ja. Hast du sie gesehen? Kennst du Mira? Hast du mit ihr gesprochen? Wo ist sie? Hat sie sich bei dir gemeldet? Armin, bitte. Wo ist meine Tochter? Das ist dein Koffer. Sie ist im Palashotel. Hey. Entschuldigen Sie. Haben Sie vielleicht dieses Mädchen gesehen? Nein. Saskia, was macht deine Tochter alleine hier in Marrakesch? Saskia! Du hast meine Frage nicht beantwortet. Entschuldigen Sie. Haben Sie vielleicht dieses Mädchen gesehen? Nein. Danke. Mira! Mira! Oh, Entschuldigung. Komm, wir gehen rein. Entschuldigung. Haben Sie vielleicht dieses Mädchen gesehen? Nein. Saskia, kannst du mir jetzt bitte sagen, was sie hier alleine sucht? Sie sucht dich. Mich? Saskia? Warum? Saskia? Warum? Weil du ihr Vater bist. Armin, es tut mir leid, aber... Dass du es so erfährst, aber ich... Ich stand damals unter wahnsinnigem Druck. Ich... Ich war diesem Konflikt einfach nicht gewachsen. Ich... Ich konnte es dir deswegen nicht sagen. Ja? Habt ihr eine Spur? Nein, hier ist sie nicht. Gut. Es tut mir leid. Wir werden sie finden. Komm. 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 Ja! Und das bitte. Und die Kekse. Ist das okay? Danke. Du bist aber struppig. Na komm schon, ich tu dir nichts. Ach, du bist nur hier, um meine Kekse zu fressen. Na danke. Das war sie. Danke. Hast du's? Komm. Du bist nur hier, um meine Kekse zu fressen, um meine Kekse zu fressen, um meine Kekse zu fressen, um meine Kekse zu fressen. Du bist nur hier, um meine Kekse zu fressen, um meine Kekse zu fressen, um meine Kekse zu fressen, um meine Kekse zu fressen. Du schon wieder? Bist du wieder da, um meine Kekse zu klauen? Oh, so war das doch gar nicht gemeint. Du kennst dich ja auch nicht aus in diesem Durcheinander, oder? Du, klette du. Die Stadt ist so riesig. So viele Menschen. Was, wenn sie in falsche Hände gerät? Armin, wir könnten dich einfach nur abwarten. Lass uns doch mal zu deiner Firma fahren, die kennt sie. Vielleicht ist sie da noch mal hingefahren. Armin, jetzt sag doch was! Sprich mit mir! Armin, ich sterbe vor Augen, jetzt mach es doch nicht noch schlimmer! Hast du schon mal einen Menschen gehasst? Ich müsste dich hassen. Du warst damals die Welt für mich. Meine erste wirkliche Liebe. Und dann fand ich diesen Brief. So verletzt hatte mich noch nie jemand. Armin, wir waren damals jung. Und... Du hast sie mir gestohlen! Meine eigene Tochter! Ich durfte nicht miterleben, wie sie ihre ersten Schritte machte. Wie sie das erste Mal lächelte. Dazu hattest du kein Recht. Dazu hat keine Mutter auf diese ganzen Welt ein Recht! Armin, wir waren damals nicht allein. Es... Ach ja! Wie überraschend! Wie viele Lover hattest du denn? Wie viele Männer wachen denn im Spiel, bis du mir von einem Tag auf den anderen einen Tritt versetzt hast? Okay. Ich war vielleicht jung und naiv. Aber du... Du warst grausam. Grausam. Ich. Du weißt gar nichts. Du weißt überhaupt nichts! Warte! 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 Lass mich! Wir können sie nur gemeinsam finden. Du und ich. Du hast recht. Vielleicht wartet sie wirklich vor meinem Büro. Lass uns hinfahren, ja? Sag mir nur, warum. Warum was? Warum sie mich gerade jetzt sucht. Sie will ihren Vater kennenlernen. Und sie will mich bestrafen. Es ist im Moment eine... eine etwas schwierige Phase für sie. Ich habe jemanden kennengelernt. Und wir wollen heiraten. Ich glaube, wir sind im Kreis gelaufen. Wenn wir doch endlich mal hier rauskommen würden. Ich glaube, ich frage nochmal. Klette, komm! Klette? Bei Fuß! Hey! Klette! Salam Aleikum! Salam Aleikum! Uuuh! 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 zap covenant chicos! Uuuh! Danke, dass Sie mir geholfen haben. Vielen Dank. Danke schön. Du bist Meerenheld. Du bist ja so ein tapferer Beschützer. Haben Sie die Kleine gesehen? Nein, Chef. Du wartest hier, ja? Die ganze Zeit nicht. Robert? Ich bin's. Saskia, endlich! Süße, wie geht's dir? Hast du deinen Ex gefunden? Weiß er, wo sie ist? Nein, wir suchen sie immer noch. Und? Hast du bei der Bank nachgefragt? Gibt's irgendwas Neues? Na ja, am Anfang wollten sie mir natürlich keine Auskunft geben, aber... Fakt ist, seit der Flugbuchung ist keine Kontobewegung mehr gewesen. Das heißt, Mira hat deine Karte nicht mehr benutzt. Verstehe. Nein, ich weiß, Robert. Ja, das ist auch ganz lieb von dir. Ja, vielen Dank, ne? Okay. Ich melde mich wieder, ja? Ja, ich dich auch. Ciao. Kein Problem. Sobald Mira hier auftaucht, geben mir die Kollegen Bescheid. Ja? Ja, das heißt... Das heißt, dass niemand sie gesehen hat. Psst, jetzt beruhig dich doch mal. Du behauptest doch, sie ist meine Tochter. Naja, dann ist sie auch clever. Vielleicht wartet sie ja schon vor meine Haustür. Komm. Und Mira mag ihn nicht, nein? Bin. Ach, Robert. Nein. Ähm, doch! Ich will mit ihr nach München ziehen und das... Das überfordert sie im Moment einfach ein bisschen. Amin! Da ist sie! Ganz sicher, das ist sie! Halt an, halt an! Fahr rechts ran! Mama? Mama! Mira! Mira! Mama! Mama! Oh, Schatz! Oh, Schatz! Wie kommst du hierher? Was glaubst du? Ich bin geschwommen. Ich hab solche Angst gehabt. Gott sei Dank! Ist alles in Ordnung? Ja! Komm! Komm! Hallo! Hallo! Komm! Verschwinde! Nein, das ist meiner! Was? Die Flohschleuder? Komm her, Kletter! Der hat mir das Leben gerettet! Das... das ist ja wie im Paradies hier! das ist ja wie im Paradies hier! Dank meiner Großmutter! Sie hat alle Pflanzen selbst großgezogen! Hallo! Guten Appetit! Danke! Kletter, komm! Kletter, komm! Der Hund bleibt draußen! Wieso denn? Mama! Wieso soll der denn draußen bleiben? Weil dein Vater das sagt! Und du wolltest ihn doch kennenlernen! Ach nein! Kletter, komm! Komm, Kletter, komm! Wer sind denn die Nachbarn da draußen? Das ist mein Bruder und seine Frau! Arbeitet der auch bei euch in der Firma? Nein! Er hält's mit unserem Vater nicht aus! Und du... ...du lebst hier allein? Was willst du wissen? Ob ich verheiratet bin? Nein! In puncto Frauen bin ich ein gebranntes Kind! Das weißt du doch, oder? Also... ...ich hab ganz schön Hunger! Ach Gott, meine Süße! Klar, du hast ja seit dem Hut nichts mehr gegessen! Doch, das hat sie! Sie mag keine Tomaten! Stimmt's, Mira? Was ist das? Das ist Couscous! Nach dem Rezept meiner Großmutter! Hm! Das hast du früher auch immer gekocht! Au! 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 Weißt du, wie viel Angst ich hatte? Die waren mir so dicht auf dem Fersen! Die hätten mich beinahe gefangen! Ja! Und dann... Dann schoss auf einmal Klette um die Ecke und fing an zu bellen! Was das Zeug hätte! Und die waren so erschrocken, dass die wie auf Kommando stehen geblieben sind! Ja! Und den Moment, den hab ich natürlich genutzt, um abzuhauen und Hilfe zu holen! Ja! Und die Geschichte mit der Marokkanerin! Die kennt ihr ja schon! Warum guckst du denn so? Naja, weil... Weil? Weil wir sitzen! Wie eine Familie! So eine richtige, oder? Wie schön sich das anfühlen kann! Was denn? Das Leben? Ja! Was hast du so daraus gemacht? Aus meinem Leben? Ich hab eine kleine Boutique in der Provinz! Und verkaufe die Mode, die andere entworfen haben! Wieso? Du warst auf dem besten Weg, eine gefragte Designerin zu werden! Und da gehst du raus aus der Firma? Schmeißt deinen Job? Kapst alle Verbindungen? Und... verschwindest aus München? Weil du noch in München warst! Du hast recht! Es gab jemanden, der Druck auf mich ausgeübt hat! Ich wusste, dass ein anderer Mann im Spiel war! Amin! Es war dein Vater! Unsinn! Der war 2000 Kilometer von uns entfernt hier in Marrakesch! Du hattest ihm einen Brief geschrieben! Erinnerst du dich noch? Drei Tage bevor du nach meiner Zomodemesse gefahren bist! Und was kombiniert dein Vater? Dessen Sohn in glühenden Farben von Deutschland schwärmt? Und nicht mehr nach Hause möchte? Aber von dir stand in dem Brief kein Wort! Nein! Vielleicht hat er sich an seine eigenen Gefühle erinnert, als er damals deine Mutter getroffen hat! Auf jeden Fall rief er meinen Chef an und fragte exakt nach, mit wem du Kontakt hattest! Setzte sich in ein Flugzeug und stand vor meiner Tür! Vor deiner Tür in München! Ja! Mein Name Schiller! Guten Tag! Mohammed Barker! Ich bin der Vater von Ami! Mich hat fast der Schlag getroffen! Du warst in Mailand und ich... Ich war an dem Tag sowieso schon vollkommen durcheinander! Ich hatte gerade erfahren, dass ich schwanger von dir war! Und dann war dein Vater da! Mit seiner ganzen Autorität! Tja, sehen Sie, Frau Schiller! Sie werden nicht die erste Deutsche sein, dem meinem Sohn das Herz bricht! Amins Mutter war so hübsch und so deutsch wie Sie! Als er fünf Jahre alt war, er hat sie uns verlassen! Das hat er gesagt? Was ich Ihnen jetzt sage, sage ich nur einmal, Frau Schiller! Wenn Sie weiterhin versuchen sollten, meinen Sohn zu sehen! Und er kann zu heiraten! Wenn ich diesen Schecks turnieren! Und dann ihn auf der Stelle entterben! Über einen Bruch mit seiner ersten Liebe kommt ein 18-Jähriger hinweg! Ich warne Sie! Ein Bruch mit mir würde meinem Sohn das Herz brechen! Nimm Sie wohl, Frau Schiller! Und dann ging er! Und ließ mich allein! Am Rande eines Abgrunds! Warum hast du mir das alles nie erzählt? Mal ehrlich, Armin! Wie hättest du dich damals entschieden? Ich hätte ihn zur Hölle gewünscht! Du hättest deinen Vater verflucht und mich heiraten wollen! Armin, dein Vater hat dir damals unheimlich viel bedeutet! Na und? Wie konntest du nur? Du verschwindest aus meinem Leben, ohne ein Wort zu sagen! Saskia! Sieh mal! Ein Hauch von Sonne und schon tanzen die Vögel! Es ging damals nicht mehr nur um dich und um mich! Ich war schwanger! Ich, ich musste in Ruhe nachdenken! Wo warst du? Ich habe in München jeden Stein nach dir umgedreht! Ich bin zu meinem Bruder! nach Florenz geflogen! Italien! Eines muss man meinem Vater lassen! Er ist ein guter Geschäftsmann! Lock dich mit 50.000 Dollar! Und du... du bist weg! Na schön! Wenn du meinst! Ich bin müde! Ich gehe noch ein paar Stunden schlafen! Ja? Gute Nacht, Armin! Was? Wahnsinn! Ich bin in Marrakesch! Ja? Ach, Vroni! Morgen, Mama! Morgen, Mama! Ich gehe mal kurz nach Knätte schauen. Im Kletter, da bist du ja. Hallo, ich bin Mira. Hallo. Wo ist eigentlich Amin? Also, ich meine mein Vater. Dein Vater? Mhm. Wir sehen uns gleich, Hermann. Amin. Wie schade. Vater. Schöner wäre ja, ich würde dich auch mal beten, da drin sehen. Schöner, ja? Nur was für dich schön ist, muss nicht für mich gelten. Vater, verstehst du eigentlich, was ich meine? Ihr habt das Mädchen gefunden, ja? Das Mädchen? Das Mädchen ist meine Tochter. Verstehst du denn nicht? Amina, das wusste ich nicht. Hör mir zu, ich wollte dich beschützen damals. Ich wollte verhindern, dass mein Sohn dieselbe Schmach durchleben muss wie ich. Schmach? Hast du jemals darüber nachgedacht, welchen Anteil du daran hattest, dass meine Mutter uns weglied? Sie war eine deutsche Armee. Darum. Für uns ist die Familie der Pulschschlag des Lebens. Aber für sie, die Deutschen haben keinen Respekt vor der Ehe. Spürst du eigentlich manchmal, wie einsam du bist? Weil du nie dazulernen willst, wie deine Welt arm und ärmer wird. Weil du dich vor allem verschließt, was neu und anders ist. Wie sprichst du mit mir? Wie ich mit dir spreche? Respektlos? Nein. Respektlos ist für mich jemand, der hinter Rücks, hinter dem Rücken seines Sohnes, mit Geld, dessen Leben zerstört. Ich habe dich immer bewundert. Für alles. Du hast in deinem Leben viel erreicht. Ich will nicht zornig werden. Nicht gegen dich. Und darum werde ich aussteigen aus unserer Firma. Was? Was wirst du? Und aus deinem Leben. Du bist mein Vater. Und dafür werde ich dich ewig ehren. Aber zu sagen, haben wir uns nichts mehr. Wir wollen. Wir wollen. Wups. Ja? Ach, Vroni. Was? Nur über Frankfurt? Ey! Jessica! Nein. Ist egal. Ja, völlig. Wann? Ja, Moment. Wer? Miras Vater. Das erzähle ich dir später. Ja. Okay. Schieß los. Wann geht der nächste Flieger? Mensch, Mama! Abins Familie! Die sind alle total nett und... Wann geht? 14.30 Uhr und der Anschluss 17 Uhr. Und der nächste Flieger? 16.30 Uhr und der Anschluss 19 Uhr. Was machst du denn? Und in beiden Fliegern ist noch Platz? Ja, das ist ja großartig. Äh, du pass auf. Armin ist kurz weg, aber ich denke, wenn er wiederkommt, dann frage ich ihn sofort, wie lange wir zum Flughafen brauchen. Ja? Ich melde mich dann bei dir nochmal. Danke, Vroni. Bis dann. Tschüss. Das ist nicht dein Ernst, oder? Erst unterschlägst du mir meinen Vater. Mein Leben lang. Und jetzt darf ich ihn nicht einmal richtig kennenlernen? Mira, bitte. Da. Die Familie dort. Die gehört auch mir. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Und mein Vater, der... Mira, was ist denn in dich gefahren? Du musst zur Schule und ich... ich... ich muss zur Arbeit. Na und? Du machst mir alles kaputt. Immer. Mein ganzes Leben. Und außerdem hast du dich doch nur vom Papa getrennt, weil er aus Marokko kommt. Und du dich für ihn geschämt hast. So ist das doch, oder? Sag mal, warum erzählst du uns das denn nicht? Oma, was soll ich mir sagen? Ich bin selbst über Nacht zum Vater geworden. So eine Süße. Bis gleich, ja? Bis gleich. Ach, Mira. So ein Unsinn. Hm? Komm mal hier zu mir. Ja, Klette, du auch. Weißt du, die Zeit mit deinem Vater, die war wunderschön. Ich habe immer gedacht, jeder sieht es mir an, wenn ich auf der Straße bin. So war das Leuchten in mir. So verliebt war ich. Aber irgendwann ist selbst das größte Glück vorbei. Und dann... dann verflüchtigt sich die Liebe. So ein Blödsinn. Denn Robert ist manchmal ein echtes Ekelpaket. Und du willst ihn trotzdem noch heiraten. Mira, jetzt reicht's. Damals ging es nicht einfach nur um mich und deinen Vater. Es war viel komplizierter. Ich erklär's dir ein andermal, ja? Ganz in Ruhe. Aber jetzt... Guten Morgen! Ihr riecht es nach frischem Thymian und ein bisschen Ärger. Kann das sein? Was macht der Hund hier? Der ist doch entlaust. Ich hab morgen nur Kunst und Musik. Und Mama will schon wieder nach Hause. Dabei war der Weg so weit. Und es war so schwer. Ich hasse dich. Mira, bitte. Naja, vielleicht hat sie ja wichtige Termine in Deutschland. Oder? Saskia, ich zeig euch Marrakesch und Umgebung. Und ihr fliegt doch erst übermorgen. Ja, bitte. Mach nicht immer alles kaputt. Das hier ist das moderne Marrakesch. Zwei Gesichter einer Stadt. Ein ziemlicher Kontrast. Findest du nicht auch? Voll krass. Aber total toll. Sag mal, magst du eigentlich Pferde? Pferde? Ich liebe Pferde. Ich wollte schon immer reiten lernen. Aber irgendwie hat das nie geklappt. Wieso? Nur so. Ja? Ach, Robert. Komm. Na, wie geht's? Was ist denn das für ein Lärm bei dir? Sprich doch mal ein bisschen lauter. Nein, stinke einsam fühle ich mich. Warum meldest du dich nicht? Warum rufst du nie an? Ach, Robert. Du weißt ja gar nicht, wie kompliziert das hier alles ist. Ja, aber uns geht es gut. Wir kommen übermorgen zurück. Übermorgen? Was machst du denn dann, Marrakesch? Alte Geschichten aufwärmten. Hast du Mirabin jetzt mal ordentlich den Kopf gewaschen? Ach, Robert. Mirabin will ihren Vater kennenlernen und das steht hier auch zu. Nein, ich lass mir nicht auf den Nase rumtanzen. So ein Unsinn. Robert, jetzt reicht es. Wirklich. So einfach ist das alles nicht. Du, Papa. Klingt nicht übel. Bitte sehr. Ja, wir hätten gern drei Tee und gemischtes Gepäck, wenn's geht, bitte. Ja. Natürlich. Ja. Weißt du eigentlich, dass Mama heiraten will? Schon. Wieso? Ja, ich finde, irgendwie passt der gar nicht zu dir. Der ist so kleinlich. Und außerdem total eitel. Ich wette, der guckt tausendmal am Tag in den Spiegel, um zu sehen, ob er ja noch ja so schön aussieht. Aber das ist doch keine Sünde, oder? In den meisten Fällen nur einfach ein Irrtum. Und weißt du, was das Schlimmste ist? Mama wird zu ihm nach München ziehen. Hey, na? Na? Störe ich? Hast du was Schönes gekauft? Äh, ja. Darf ich? Ja. Wunderbare Qualität. Und diese Farbe. Aber du hast schon immer Geschmack gehabt. Ich dachte, ein Trägerkleid wäre schön. Kannst du dich noch an die traierte Jacke erinnern, die du damals für uns entworfen hast? Der hat meinem Vater einen Haufen Geld verdient. Weißt du, Mira, deine Mutter ist wirklich talentiert. Oh, sieht gut aus. Für dich oder für mich? Wie? Na ja. Deine Mutter mag keine Münze. Oder? Wie frische Wiesen am Rande der Wüste. Gar nicht. Eher wie... frischer Regen nach einem irre heißen Tag. Nein, nein, nein. Moment. Wie ein Bergquell nach einem langen Marsch. Ich weiß, wie... Mama kauft noch ein Berg von Seide und wir bleiben hier. Und? Ich bin gespannt, Mama. Wie aus einer anderen Zeit. Fantastisch, ja? Das Kunstreiten hat bei uns Tradition. Du solltest im Juni da sein. Da findet ein ganz, ganz großes Folklorefest statt. Das ist magisch. Wie tausend und eine Nacht. Und da muss ich unbedingt hin. Kann ich nicht. Mama, hast du das gesehen? Das ist ja der Wahnsinn! Armin? Nimm sie mir nicht weg. Schon klar. Bist du glücklich? Das fühlt sich wie noch nie. Womit habe ich das verdient? Mann, war das lecker. Mir tut mein Bauch weh. Mir tut mein Po weh. Sehr witzig. Na ja, du wolltest ja mit dem Esel reiten, oder? Hey, Klette, was hast du denn da? Zeig mal her. Sie ist glücklich. Sehr glücklich. Oh, ein Hüpflerstein. Du bist ein schlauer Hund. Au! Au! Mama! Gott, Mira, was ist das? Ein Butos. Was ist ein Butos? Was ist ein Butos? Ein Skorpion. Wie, sowas gibt es hier? Mir ist schlecht. Mira, wir brauchen einen Rettungswagen. Was machen wir denn jetzt? Ich habe mein Handy im Auto liegen lassen. Hier. Amin, ist dieser Brutus lebensgefährlich? Wir sind in einem Funkloch. Was? Was machen wir denn jetzt? Es ist alles nur deine Schuld. Puss an. Ja? Die Lehmhütte ist 15 Minuten von hier entfernt. Gibt es diesen Heiler noch? Gut. Mach mal ein Pferd bereit. Mach ich. Ist das ein Krankenhaus? Nein. Amin! Jetzt beruhig dich endlich! Und pass auf mir! Ja. Passt dich. Danke. Armin! Und? Wie geht's hier? Wie geht's hier? Bleib ruhig! Er ist ein geachteter Heil in dieser Gegend. Unsere Tochter ist in guten Händen. Komm, setz dich bitte. Schukran. Und? Er hat Miras Kreislauf stabilisiert. Sie schläft jetzt. Wir müssen warten, bis das Fieber unten ist. Es gibt kein Gegensirum? Nein, es gibt kein Gegengift. Nicht bei diesem Skorpion. Wir können ihm vertrauen. Versuch es ist ein gegevener Sechler. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Schönen Sieger! Tschönen Sieger! Ja, commercie! Schönen Sieger! Das Fieber ist runter, Gott sei Dank Ich war unfair Es tut mir leid Du liebst Mira sehr Und das macht mich sehr glücklich Und das macht mich sehr glücklich Irgendwie ist meine Tasche weg Die hab ich Danke Ami, das Taxi ist da Oma, danke Jetzt schon? Ja Ich hab meine Jacke nach oben Saskia, bitte mach keine Hektik Die Zeit reicht vollkommen Ja, okay Mist Klettert meine Schuhe zerfetzt Naja, wer Raubtiere besitzt, der muss auch mit ihnen leben können Komm, hier auf den So, das hält bis Deutschland Und wann sehen wir uns wieder? Weißt du Mira, wo Es Begegnungen gibt, da gibt es auch Trennungen Und wo es eine Trennung gibt Da gibt es auch ein Wiedersehen Aber wann? Sobald es deine Mutter erlaubt Aber erst mal sind wir dankbar Dass du alles gut überstanden hast Weißt du, mit einem Skorpion ist nicht zu spaßen Seid brav, Kletter Macht's gut Besucht uns bald wieder Ja Ihr seid immer willkommen, das weißt du Ganz bestimmt Es war schön hier Gut Gute Reise Soll ich nicht besser mitkommen? Nein Du hast doch Bahnhöfe Und Flughäfen Das weißt du noch Ja Wir passen gut auf ihn auf Aufpassen Tja, ich Es war alles so Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll Du schenk mir nur noch ein Lächeln Das reicht Okay Also, dann mach's gut Ach ja Schöne Hochzeit Was? Naja, ich meine deine Hochzeit Ach so, ja Ja Ich melde mich bei dir Ganz bald Ich meine deine Hochzeit Robert, was sagst du? Nein, ich verstehe kein Wort. Wo bist du? Wo ist denn... Meine Jacke ist weg. Mama! Warte mal, Sekunde. Mein Engel will mir gerade liebevoll eine Frage stellen. Schatz, was ist? Du hast meine Jacke bei Papa vergessen. Ich bin froh, dass ich an meine eigene Jacke gedacht habe. Hallo, mein Lieben. Robert. Könnte mir mal bitte jemand behilflich sein? Hey. Jetzt mach doch nicht so ein Gesicht. Mach ich doch gar nicht. Der da ist Mamas Lover. Und mein richtiger Vater? Der gehört nur mir. Ah, ja. Die sind zwar nicht ganz so schön wie du, aber ich dachte, die passen einfach zu dir. Die sind wunderschön. Und sie riechen ganz toll. Na, auf jeden Fall besser als die Fettnäpfchen, in die ich in der letzten Zeit dauernd trete. Aber ich werde mich besser. Das verspreche ich dir. Wunderbar. Es sind da noch viele Kisten. Mindestens zehn. Vorsicht, der Buchsbaum. Ja, ja. Ich muss verrückt sein. Total verrückt. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Das ist der Sessel meiner Mutter. Entschuldigung, was ist denn das, ja? Das, Gern? Süßer, entschuldige, aber dieses Monstrum da draußen, ja, dieser hässliche, rote, alte Sessel. Wo, bitteschön, soll der bei mir stehen? Das ist der Lieblingssessel meiner Mutter gewesen. Da hat sie immer total gerne drauf gesessen. Ja, so sieht auch aus. Na komm, vergiss es. Ich liebe diesen Sessel. Der bekommt, hab ich jetzt einen Sonderplatz, okay? Süßer. Es wird alles gut. Komm. Komm. Okay, ich singe weiter im Musical. Morgen ist die Aufführung in der Schule. Das Konzert wird im Internet übertragen. Ich schicke dir den Link. Und Mama ist so ätzend. Launisch wie Aprilwetter. Dabei bin ich noch in der Pubertät. Mira, nicht Mama. Der Umzug ist ätzend. Ja? Mira, ich hab zu tun. Ich muss hier durchkommen. Wir sprechen uns heute Abend, ja? Okay. Bis dann. Tschüss. Guten Morgen. Guten Morgen, Vater. Hier. Für dich. Es gibt einen Gedanken an mir, der mir in den letzten Tagen und Stunden nicht mehr aus dem Sinn geht. Als Mensch geboren zu werden, weißt du, das passiert uns einfach. Doch als Mensch zu leben, das ist die Kunst. Was ist das? Ein Schick. Den hab ich Frau Schiller rausgestellt vor 15 Jahren. Aber, tja, deutsche Frauen haben auch ihren Stolz. Sie hatte mir Postwenden zurückgeschickt. Zurückgeschickt? Ja. Amin, glaub mir, keinem Mann fällt es leicht, sich den Moment zu stellen, wenn sein Sohn ihn überholt. Aber jetzt wird es Zeit für mich. Ich werde die Firma verlassen. Nicht du. Und da ist alles geregelt. Das wirst du da sehen. Ab jetzt bist du ja der Chef. Und ich werde, na ja, ich werde reisen. Viel Glück, mein Sohn. Vater, was willst du sagen? Inshallah. Inshallah. Vater. Vater. Danke. Danke. Schaut mal, meine Tochter. Meine Tochter. Was ist das denn? Schau. Jetzt warte, warte. Ich möchte auch was sehen. Siehst du das, Mira? Das ist in Deutschland. Sie singt in Deutschland. Nicht schlecht. Cool. Wie schön, wie alles sieht. Das ist mir. Ich muss dich finden. Ich muss dich finden. Kannst du sie sehen? Ja, und Cousine ist ein Bühnenstar. Ja. Erkennst du sie? Toll, nicht? Du kannst stolz sein, Armin. Ich weiß. Hier? Hier? Lass dich überraschen. So. Hier? Na ja. Du musst dir das Ganze natürlich dekoriert vorstellen. Alles voller Blume. Hier hast du Luft zum Atmen. Die Toiletten sind gleich nebenan. Das ist doch perfekt, oder? Ja, und wo tanzen wir? Wozu denn tanzen? Sie können sich ja ganz in Ruhe beraten und ich komme dann einfach später nochmal wegen Speisen und Getränken sprechen wir einfach nochmal separat. Ja. Die kochen ja nämlich fantastisch. Und weißt du, was das Beste ist? Ich habe hier sensationelle Sonderkonditionen. Na und? Weißt du, ich finde eine Hochzeit ohne Tanzen, das ist wie, das ist wie eine Ehe ohne Sex. Wie eine Ehe? Na super. Ich denke, ich mache dir eine Freude und seitdem du weg warst, da... Na. Willst du auch einen? Was ist das? Na, Pfefferminz. Wie lange kennst du mich schon? Ich hasse Pfefferminz. Warum kannst du dir das nicht merken? Süßer? Seit ich weg war... Ja, du hast recht. Weißt du, was ich mich in letzter Zeit manchmal frage? Na was? Ob mein Wunsch, mich zu verlieben... manchmal vielleicht größer war... als mein Gefühl zu dir. Es ist nichts mehr, wie es war. Habe ich recht? Aber tu mir einen Gefallen und frag mich bitte, bitte nur nicht eins. Was? Ob wir Freunde bleiben können. Aber solltest du mich das fragen? Die Antwort wäre ja. Du bist wundervoll. Ja, Mira? Mensch, Papa, Wahnsinn, das glaubst du nicht! Sag bloß, ihr zieht wieder ein. Das ist eine gute Nachricht. Die? Super. Schrecklich, oder? Jetzt lebe ich schon tausend Jahre mit Mira allein. Und war ich einen einzigen Tag unglücklich? Auf gar keinen Fall. Nur 99 von 100. Du lebst doch auch allein. Ja. Eben. Was machst du denn hier? Wie konntest du mich so erschrecken? Wir beide haben dir was mitgebracht. Er und ich. Was? Ach ja. Film mal. Wow, das fühlt sich toll an. Feinste Seite. Wow. Ich stelle gerade die Produktpalette in meiner Firma um. Aber das i-Tüpfelchen fehlt mir noch. Ach ja? Jemand mit Talent, eine Modeschöpferin. Und da dachte ich, ich... Ich frage mal, ob du vielleicht... Was? Naja, ob du mit mir, oder... Also, ob wir beide... Zusammenkommen? Du meinst beruflich? Keine schlechte Idee. Unter einer Bedingung. Ich bleibe weiter mit Mira hier in Deutschland wohnen. Ich behalte mein Haus. Und zweitens, Mira bleibt auf alle Fälle auf ihrer Schule. Ganz deiner Meinung. Aber darf ich auch mal was sagen? Mira, die Schule... Du hast da was? Wo? Hier. Wo? Hier, 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 hier. Und wer hat's von Anfang an gewusst? Ich werde die Firma verlassen. Nicht du. Und Herr Jan ist alles geregelt. Das wirst du da sehen. Ab jetzt bist du ja der Chef. Und ich werde... Naja, ich werde reisen. Viel Glück, mein Sohn. Vater, was willst du sagen? Inshallah. Vater! 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 Danke. Untertitelung des ZDF, 2020 Schock, Mann! Meine Tochter! Was ist das denn? Schock! Jetzt warte, warte. Ich möchte auch was sehen. Siehst du das, Mira? Das ist in Deutschland. Sie singt in Deutschland. Nicht schlecht. Cool. Wie schön sie aber sind. Ich muss dich finden. Du bist die Mischung, die ich brauche. Das ist in mir. Ich muss dich finden. Ich muss dich finden. Das ist real. Das ist real. Ich bin genau, wo ich jetzt sein soll. Kannst du sehen? Ja. Und Cousine ist ein Bühnenstar. Ja. Erkennst du sie? Toll, mit? Du kannst stolz sein, Armin. Ich weiß. Das ist ein Bühnenstar. Ich bin ein Bühnenstar. Danke, dass Sie mir geholfen haben. Vielen Dank. Dankeschön. Du bist mir ja ein Held. Du bist ja so ein tapferer Beschützer. Haben Sie die Kleine gesehen? Nein, Chef. Du wartest hier, ja? Die ganze Zeit nicht. Robert? Ich bin's. Saskia, endlich! Süße, wie geht's dir? Hast du deinen Ex gefunden? Weiß er, wo sie ist? Nein, wir suchen sie immer noch. Und? Hast du bei der Bank nachgefragt? Gibt's irgendwas Neues? Na ja, am Anfang wollten sie mir natürlich keine Auskunft geben, aber... Fakt ist, seit der Flugbuchung ist keine Kontobewegung mehr gewesen. Das heißt, Mira hat deine Karte nicht mehr benutzt. Verstehe. Nein, ich weiß, Robert. Ja, das ist auch ganz lieb von dir. Ja, vielen Dank, ne? Okay. Ich melde mich wieder, ja? Ja, ich dich auch. Ciao. Kein Problem. Sobald Mira hier auftaucht, geben mir die Kollegen Bescheid, ja? Ja, das heißt... Das heißt, dass niemand sie gesehen hat. Psst, jetzt beruhig dich doch mal. Du behauptest doch, sie ist meine Tochter. Na ja, dann ist sie auch clever. Vielleicht wartet sie ja schon vor meine Haustür. Komm. Und Mira mag ihn nicht, nein? Nein. Ach, Robert! Nein! Ähm, doch! Ich will mit ihr nach München ziehen und das, das überfordert sie im Moment einfach ein bisschen. Amin! Da ist sie! Ganz sicher, das ist sie! Halt an, halt an! Fahr rechts ran! Die Stadt ist so riesig! So viele Menschen! Was, wenn sie in falsche Hände gerät? Amin, wir könnten an dich einfach nur abwarten! Lass uns doch mal zu deiner Firma fahren! Die kennt sie! Vielleicht ist sie da noch mal hingefahren! Amin, jetzt sag doch was! Sprich mit mir! Amin, ich sterbe vor Augen, jetzt mach es doch nicht noch schlimmer! Hast du schon mal einen Menschen gehasst? Ich müsste dich hassen! Du warst damals die Welt für mich. Meine erste wirkliche Liebe. Und dann fand ich diesen Brief. So verletzt... hatte mich noch nie jemand. Amin, wir waren damals jung. Und... Du hast sie mir gestohlen! Meine eigene Tochter! Ich durfte nicht miterleben, wie sie ihre ersten Schritte machte. Wie sie das erste Mal lächelte. Dazu hattest du kein Recht. Dazu hat keine Mutter auf diese ganzen Welt ein Recht! Amin, wir waren damals nicht allein. Es... Ach ja! Wie überraschend! Wie viele Lover hattest du denn? Wie viele Männer wachen denn im Spiel? Bis du mir von einem Tag auf den anderen einen Tritt versetzt hast. Okay. Ich war vielleicht jung und... naiv. Aber du... du warst grausam. Grausam? Ich. Du weißt gar nichts. Du weißt überhaupt nichts! Warte! 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 Ich muss uns anfangen, ja? Warte! 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 Sie will ihren Vater kennenlernen. Und sie will mich bestrafen. Es ist im Moment eine, eine etwas schwierige Phase für sie. Nein, in puncto Frauen bin ich ein gebranntes Kind, das weißt du doch, oder? Also, ich hab ganz schön Hunger. Ach Gott, meine Süße, klar, du hast ja seit dem Flug nichts mehr gegessen, hm? Doch, das hat sie. Sie mag keine Tomaten, stimmt's, Mira? Was ist das? Das ist Couscous, nach dem Rezept meiner Großmutter. Das hast du früher auch immer gekocht. Oh, Agba! Oh, Agba! Weißt du, wie viel Angst ich hatte? Die waren mir so dicht auf dem Fersen, die hätten mich beinahe gefangen. Ja, und dann, dann schoss auf einmal Klette um die Ecke und fing an zu bellen, was das Zeug hält. Und die waren so erschrocken, dass die wie auf Kommando stehen geblieben sind. Ja, und den Moment, den hab ich natürlich genutzt, um abzuhauen und Hilfe zu holen. Ja, und die Geschichte mit der Marokkanerin, die kennt ihr ja schon. Warum guckst du denn so? Naja, weil... Weil? Weil wir hier sitzen. Wie eine Familie. So eine richtige, oder? Wie schön sich das anfühlen kann. Was denn? Das Leben? Ja. Was hast du so daraus gemacht? Aus meinem Leben? Ich hab eine kleine Boutique in der Provinz. Und verkaufe die Mode, die andere entworfen haben. Wieso? Du warst auf dem besten Weg, eine gefragte Designerin zu werden. Und da gehst du raus aus der Firma? Schmeißt deinen Job? Kapst alle Verbindungen? Und verschwindest aus München? Weil du noch in München warst. Du hast recht. Es gab jemand, der Druck auf mich ausgeübt hat. Ich wusste, dass ein anderer Mann im Spiel war. Amin. Es war dein Vater. Unsinn. Der war 2000 Kilometer von uns entfernt, hier in Marrakesch. Du hattest ihm einen Brief geschrieben. Du hattest ihm einen Brief geschrieben. Erinnerst du dich noch? Drei Tage, bevor du nach Mainland zur Modemesse gefahren bist. Und was kombiniert dein Vater, dessen Sohn in glühenden Farben von Deutschland schwärmt und nicht mehr nach Hause möchte? Weil du ihr Vater bist. Amin, es tut mir leid, aber... Dass du es so erfährst, aber ich... Ich stand damals unter wahnsinnigem Druck. Ich... Ich war diesem Konflikt einfach nicht gewachsen. Ich... Ich konnte es dir deswegen nicht sagen. Ja? Habt ihr eine Spur? Nein, hier ist sie nicht. Gut. Es tut mir leid. Wir werden sie finden. Komm. Und das bitte. Und die Kekse. Ist das okay? Okay. Danke. Du bist aber stuppig. Na komm schon, ich tu dir nichts. Ach, du bist nur hier, um meine Kekse zu fressen. Na, danke. Hier für sie. Danke. Hast du's? Komm. Danke. Tschüss. Musik Danke. Schaut mal, meine Tochter. Was ist das denn? Schau. Jetzt warte, warte. Ich möchte auch was sehen. Siehst du das, Mira? Das ist in Deutschland. Sie singt in Deutschland. Nicht schlecht. Cool. Wie schön, wie Arisit. Hier in time I have The reason that I'm singing I need to find you I gotta find you You're the mission piece I need The song inside of me I need to find you I gotta find you This is real This is real I'm exactly where I'm supposed to be now Let me let the light shine on me Now I've found you Kannst du sehen? Ja. Die Cousine ist ein Bühnenstar. Ja. Erkennst du sie? Toll, Emil. Du kannst stolz sein auf ihn. Ich weiß. Ich weiß. You're the mist of me Sonny You're the song inside of me You're the voice like me Und Samachalek The reason that I'm singing I'm not Here? Hier? Lass dich überraschen So! Hier? Na ja, du musst dir das Ganze natürlich dekoriert vorstellen. Alles voller Blumen. Hier hast du Luft zum Atmen. Die Toiletten sind gleich nebenan. Das ist doch perfekt, oder? Ja, und wo tanzen wir? Wozu denn tanzen? Sie können sich ja ganz in Ruhe beraten und ich komme dann einfach später nochmal wegen Speisen und Getränken. Ich spreche einfach nochmal separat. Ja. Die kochen ja nämlich fantastisch. Und weißt du, was das Beste ist? Ich habe hier sensationelle Sonderkonditionen. Das hat er gesagt? Was ich Ihnen jetzt sage, sage ich nur einmal, Frau Schiller. Wenn Sie weiterhin versuchen sollten, meinen Sohn zu sehen und ihn gar zu heiraten, wenn ich Sie diesen Schecks turnieren und bei mir auf der Stelle interab. Über einen Bruch mit seiner ersten Liebe kommt ein 18-Jähriger hinweg. Ich warne Sie. Ein Bruch mit mir würde meinem Sohn das Herz brechen. Nehmen Sie wohl, Frau Schiller. Und dann ging er und ließ mich allein. Am Rande eines Abgrunds. Warum hast du mir das alles nie erzählt? Mal ehrlich, Armin, wie hättest du dich damals entschieden? Ich hätte ihn zur Hölle gewünscht. Du hättest deinen Vater verflucht und mich heiraten wollen. Armin, dein Vater hat dir damals unheimlich viel bedeutet. Na und? Wie konntest du nur? Du verschwindest aus meinem Leben, ohne ein Wort zu sagen. Saskia! Zieh mal. Ein Hauch von Sonne und schon tanzen die Vögel. Es ging damals nicht mehr nur um dich und um mich. Ich war schwanger. Ich musste in Ruhe nachdenken. Wo warst du? Ich habe in München jeden Stein nach dir umgedreht. Ich bin zu meinem Bruder nach Florenz geflogen. Italien. Eines muss man meinem Vater lassen. Er ist ein guter Geschäftsmann. Lock dich mit 50.000 Dollar. Und du... Du bist weg. Na schön. Wenn du meinst. Ich bin müde. Ich geh noch ein paar Stunden schlafen. Ja? Gute Nacht, Armin. Was? Wahnsinn. Ich bin in Marrakesch. Was? Ich ausgeübt hatte. Ich wusste, dass ein anderer Mann im Spiel war. Amin, es war dein Vater. Unsinn, der war 2000 Kilometer von uns entfernt hier in Marrakesch. Du hattest ihm einen Brief geschrieben, erinnerst du dich noch? Drei Tage bevor du nach Mainland zum Ruhnemesse gefahren bist. Und was kombiniert dein Vater, dessen Sohn in glühenden Farben von Deutschland schwärmt und nicht mehr nach Hause möchte? Aber von dir stand in dem Brief kein Wort. Nein. Vielleicht hat er sich an seine eigenen Gefühle erinnert, als er damals deine Mutter getroffen hat. Auf jeden Fall rief er meinen Chef an und fragte exakt nach, mit wem du Kontakt hattest. Setzte sich in ein Flugzeug und stand vor meiner Tür. Vor deiner Tür in München. Ja. Meine Damen Schiller, guten Tag. Mohammed Barker, ich bin der Vater von Amin. Mich hat fast der Schlag getroffen. Du warst in Mailand und ich... Ich war an dem Tag sowieso schon vollkommen durcheinander. Ich hatte gerade erfahren, dass ich schwanger von dir war. Und dann war dein Vater da. Mit seiner ganzen Autorität. Tja, sehen Sie, Frau Schiller. Sie werden nicht die erste Deutsche sein, dem meinem Sohn das Herz bricht. Amins Mutter war so hübsch und so deutsch für Sie. Als er fünf Jahre alt war, hat er zu uns verlassen. Das hat er gesagt? Was ich Ihnen jetzt sage, sage ich nur einmal, Frau Schiller. Herr, wenn Sie weiterhin versuchen sollten, meinen Sohn zu sehen und ihn gar zu heiraten, will ich diesen Schecks turnieren und bei mir ihn auf der Stelle hinterhaben. Über einen Bruch mit seiner ersten Liebe kommt ein 18-Jähriger hinweg. Ich warne Sie. Ein Bruch mit mir würde meinem Sohn das Herz brechen. Nimm Sie wohl, Frau Schiller. Und dann ging er und ließ mich allein. Am Rande eines Abgrunds. Warum hast du mir das alles nie erzählt? Mal ehrlich, Armin, wie hättest du dich damals entschieden? Ich hätte ihn zur Hölle gewünscht. Du hättest deinen Vater verflucht und mich heiraten wollen. Armin, dein Vater hat dir damals unheimlich viel bedeutet. Na und? Wie konntest du nur? Du verschwindest aus meinem Leben, ohne ein Wort zu sagen. Saskia. Zieh mal. Meine Mutter. Verschwand aus meinem Leben, als ich fünf Jahre alt war. Also, Mira aus Deutschland. Ja. Mach's gut. War schön, dich kennenzulernen. Ach ja, und viel Spaß in Marrakesch. Mensch, Mama. Und jetzt? Amin Barker. Römer Muni 21. Da wohnt er bestimmt. Super. Nun fahren Sie doch. Fahren Sie ein bisschen schneller. Ja. Danke. Hier. Seht zu, dass ihr ihn findet. Dann bringt ihn her. Mr. Hachim? Ja. Ah. Sie sind aus Deutschland. Ja. Kenn ich gut. Als Kind. Ich bin in Bayern aufgewachsen, wissen Sie? Meine Eltern haben in Deutschland gearbeitet. Gut. Sehr schön. Ich bin auf der Suche nach meiner Tochter Mira. Die deutsche Polizei hat mir gesagt, ich könnte mich an Sie wenden. Hübsches Mädchen. Haben Sie schon eine Sprung von ihr? Und sie ist auf der Suche nach einem Mann? Ja. Amin Barker. Also haben Sie Ihren Vater schon erreicht? Vielleicht ist sie ja zu ihm gegangen. Ja, wissen Sie, das ist nicht so leicht. Hier in Marokko heißen sehr viele Männer Amin. Sogar Amin Barker. Nicht traurig sein. Vielleicht hilft der Computer. Kommen Sie. Hallo? Hallo? Was? Der Saskia Schiller? Und sie sucht wen? Danke. Oma, danke. Jetzt schon? Ja. Ich habe meine Jacke nach oben. Saskia, bitte mach keine Hektik. Die Zeit reicht vollkommen. Ja, okay. Mist. Klettert meine Schuhe zerfetzt. Na ja, wer Raubtiere besitzt, der muss auch mit ihnen leben können. Komm, ich höre dich. So, das hält bis Deutschland. Und wann sehen wir uns wieder? Weißt du, Mira, wo es Begegnungen gibt, da gibt es auch Trennungen. Und wo es eine Trennung gibt, da gibt es auch ein Wiedersehen. Aber wann? Sobald es deine Mutter erlaubt. Aber erst mal sind wir dankbar, dass du alles gut überstanden hast. Weißt du, mit einem Skorpion ist nicht zu spaßen. Seid brav, Kletter. Macht's gut. Besucht uns weiter. Ihr seid immer willkommen, das weißt du. Ganz bestimmt. Es war schön hier. Gut. Gute Reise. Soll ich nicht besser mitkommen? Nein. Du hast doch Bahnhöfe und Flughäfen. Das weißt du noch? Ja. Wir passen gut auf ihn auf. Aufpassen. Tja, ich... Es war alles so... Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Schenk mir nur noch ein Lächeln. Das reicht. Okay. Also, dann mach's gut. Ach ja. Schöne Hochzeit. Was? Naja, ich meine deine Hochzeit. Ach so, ja. Ja. Ich melde mich bei dir. Ganz bald. Ich erinnere dich. Ach so, ja. Untertitelung. BR 2018 Robert, was sagst du? Ich werde es ihm sagen, Herr Vater. Wir sehen uns gleich, Herr Mönchengladbach. Hermina. Nicht schade. Vater. Schöner wäre ja, ich würde dich auch mal beten, da drin sehen. Schöner, ja? Nur was für dich schön ist. Muss nicht für mich gelten. Vater, verstehst du eigentlich, was ich meine? Ihr habt das Mädchen gefunden, ja? Das Mädchen? Das Mädchen ist meine Tochter. Verstehst du denn nicht? Hermina. Das wusste ich nicht. Hör mir zu, ich wollte dich beschützen damals. Ich wollte verhindern, dass mein Sohn dieselbe Schmach durchleben muss wie ich. Schmach? Hast du jemals darüber nachgedacht, welchen Anteil du daran hattest, dass meine Mutter uns wegliegt? Sie war eine deutsche Armee. Sie war eine deutsche Armee. Darum. Für uns ist die Familie der Pullschlag des Lebens. Aber für sie, die Deutschen hatten keinen Respekt vor der Ehe. Spürst du eigentlich manchmal, wie einsam du bist? Weil du nie dazulernen willst, wie deine Welt arm und ärmer wird. Weil du dich vor allem verschließt, was neu und anders ist. Wie sprichst du mit mir? Wie ich mit dir spreche? Respektlos? Nein. Respektlos ist für mich jemand, der hinter Rücks, hinter dem Rücken seines Sohnes, mit Geld, dessen Leben zerstört. Ich hab dich immer bewundert. Für alles. Du hast in deinem Leben viel erreicht. Ich will nicht zornig werden. Nicht gegen dich. Und darum werde ich aussteigen aus unserer Firma. Was? Was wirst du? Und aus deinem Leben. Du bist mein Vater. Und dafür werde ich dich ewig ehren. Aber zu sagen, haben wir uns nichts mehr. Leb wohl. Wups. Ja? Ach, Vroni. War es nur über Frankfurt? Nein. Ist egal. Ja, völlig. Wann? Ja. Moment. Wer? Miras Vater? Ja. Wie? Ja. Waala. Danke, dass Sie mir geholfen haben. Vielen Dank. Danke schön. Du bist mir ja ein Held. Du bist ja so ein tapferer Beschützer. Haben Sie die Kleine gesehen? Nein, Chef. Du wartest hier, ja? Die ganze Zeit nicht. Robert? Ich bin's. Saskia, endlich. Süße, wie geht's dir? Hast du deinen Ex gefunden? Weiß er, wo sie ist? Nein, wir suchen sie immer noch. Und? Hast du bei der Bank nachgefragt? Gibt's irgendwas Neues? Na ja, am Anfang wollten sie mir natürlich keine Auskunft geben, aber... Fakt ist, seit der Flugbuchung ist keine Kontobewegung mehr gewesen. Das heißt, Mira hat deine Karte nicht mehr benutzt. Verstehe. Nein, ich weiß, Robert. Ja, das ist auch ganz lieb von dir. Ja, vielen Dank, ne? Okay. Ich melde mich wieder, ja? Ja, ich dich auch. Ciao. Kein Problem. Sobald Mira hier auftaucht, geben mir die Kollegen Bescheid, ja? Ja. Das heißt... Das heißt, dass niemand sie gesehen hat. Psst, jetzt beruhig dich doch mal. Du behauptest doch, sie ist meine Tochter. Na ja, dann ist sie auch clever. Vielleicht wartet sie ja schon vor meiner Haustür. Komm. Und Mira mag ich nicht, nein? Bin. Ach, Robert. Nein. Ähm, doch! Ich will mit ihr nach München ziehen und das, das überfordert sie im Moment einfach ein bisschen. Amin! Da ist sie! Ganz sicher, das ist sie! Halt an, halt an! Fahr rechts ran! Mama! 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 Mira! Mama! Mira! Mira! Entschuldigung. Komm. Wir gehen gleich. Entschuldigung, haben Sie vielleicht dieses Mädchen gesehen? Nein, nein. Saskia, kannst du mir jetzt bitte sagen, was sie hier alleine sucht? Sie sucht dich. Mich? Saskia? Warum? Saskia? Warum? Weil du ihr Vater bist. Armin, es tut mir leid, aber... Dass du es so erfährst, aber ich... Ich stand damals unter wahnsinnigem Druck. Ich... Ich war diesem Konflikt einfach nicht gewachsen. Ich... Ich konnte es dir deswegen nicht sagen. Ja? Habt ihr eine Spur? Nein, hier ist sie nicht. Gut. Es tut mir leid. Wir werden sie finden. Komm. Ben. Und... Ich kann das. Nein. Das ist sie. Und das, bitte. Und die Kekse. Ist das okay? Danke. Du bist aber struppig. Na, komm schon. Ich tu dir nichts. Ach, du bist nur hier, um meine Kekse zu fressen. Na, danke. Hier ist Lucy. Danke. Hast du's? Komm. Wir sehen uns gleich. Ja, alles. Bitte, komm. Amina. Nicht schade. Vater. Schöner wäre ja, ich würde dich auch mal beten, da drin sehen. Schöner, ja? Nur was für dich schön ist, muss nicht für mich gelten. Vater, verstehst du eigentlich, was ich meine? Ihr habt das Mädchen gefunden, ja? Das Mädchen? Das Mädchen ist meine Tochter. Verstehst du denn nicht? Hermine, das wusste ich nicht. Hör mir zu. Ich wollte dich beschützen damals. Ich wollte verhindern, dass mein Sohn dieselbe Schmach durchleben muss wie ich. Schmach? Hast du jemals darüber nachgedacht, welchen Anteil du daran hattest, dass meine Mutter uns weglied? Sie war eine deutsche Armee. Darum. Für uns ist die Familie der Pulschschlag des Lebens. Aber für sie, die Deutschen haben keinen Respekt vor der Ehe. Spürst du eigentlich manchmal, wie einsam du bist? Weil du nie dazulernen willst, wie deine Welt arm und ärmer wird. Weil du dich vor allem verschließt, was neu und anders ist. Wie sprichst du mit mir? Wie ich mit dir spreche? Respektlos? Nein. Respektlos ist für mich jemand, der hinter Rücks, hinter dem Rücken seines Sohnes, mit Geld, dessen Leben zerstört. Ich hab dich immer bewundert. Für alles. Du hast in deinem Leben viel erreicht. Ich will nicht zornig werden. Nicht gegen dich. Und darum werde ich aussteigen aus unserer Firma. Was? Was wirst du? Und aus deinem Leben. Du bist mein Vater. Und dafür werde ich dich ewig ehren. Aber zu sagen, haben wir uns nichts mehr. Leb wohl. Wups. Ja? Ach, Vroni. War es nur über Frankfurt? Nein. Ist egal. Ja, völlig. Wann? Ja, Moment. Wer? Miras Vater. Das erzähle ich dir später. Ja. Wir passen gut auf ihn auf. Auf bei uns. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Du schenk mir nur noch ein Lächeln. Das reicht. Okay. Also, dann mach's gut. Ach ja. Schöne Hochzeit. Was? Na ja, ich meine deine Hochzeit. Ach so, ja. Ja. Ich melde mich bei dir. Ganz bald. Okay. Tschöne Hochzeit. Untertitelung. BR 2018 Robert, was sagst du? Nein, ich verstehe kein Wort. Wo bist du? Wo ist denn... meine Jacke ist weg. Mama! Warte mal, Sekunde. Mein Engel will mir gerade liebevoll eine Frage stellen. Schatz, was ist? Du hast meine Jacke bei Papa vergessen. Ich bin froh, dass ich an meine eigene Jacke gedacht habe. Hallo, mein Lieben. Robert, Robert. Könnte mir mal bitte jemand behilflich sein? Hey. Jetzt mach doch nicht so ein Gesicht. Mach ich doch gar nicht. Der da ist Mamas Lover. Und mein richtiger Vater? Der gehört nur mir. Ah, ja. Die sind zwar nicht ganz so schön wie du, aber ich dachte, die passen einfach zu dir. Die sind wunderschön. Und sie riechen ganz toll. Na, auf jeden Fall besser als die Fettnäpfchen, in die ich in der letzten Zeit dauernd trete. Aber ich werde mich besser. Das verspreche ich dir. Wunderbar. Sind da noch viele Kisten? Mindestens zehn. Vorsicht, der Buchsbaum. Ja, ja. Ich muss verrückt sein. Total verrückt. Oh, Vorsicht, Vorsicht. Das ist der Sessel meiner Mutter. Entschuldigung, was ist denn das da? Das, Gern? Süßer, entschuldige, aber dieses Monstrum da draußen, ja, dieser hässliche, rote, alte Sessel. Du schon wieder? Bist du wieder da, um meine Kekse zu klauen? Oh, so war das doch gar nicht gemeint. Du kennst dich ja auch nicht aus in diesem Durcheinander, oder? Du, kletter du. Die Stadt ist so riesig. So viele Menschen. Was, wenn sie in falsche Hände gerät? Armin, wir könnten dich einfach nur abwarten. Lass uns doch mal zu deiner Firma fahren. Die kennt sie. Vielleicht ist sie da noch mal hingefahren. Armin, jetzt sag doch was! Sprich mit mir! Armin, ich sterbe vor Augen sitzt. Mach es doch nicht noch schlimmer! Hast du schon mal einen Menschen gehasst? Ich müsste dich hassen. Du warst damals die Welt für mich. Meine erste wirkliche Liebe. Und dann fand ich diesen Brief. So verletzt hatte mich noch nie jemand. Armin, wir waren damals jung. Und... Du hast sie mir gestohlen. Meine eigene Tochter. Ich durfte nicht miterleben, wie sie ihre ersten Schritte machte. Wie sie das erste Mal lächelte. Dazu hattest du kein Recht. Dazu hat keine Mutter auf diese ganzen Welt ein Recht. Armin, wir waren damals nicht allein. Es... Ach ja! Wie überraschend. Wie viele Lover hattest du denn? Wie viele Männer wachen denn im Spiel, bis du mir von einem Tag auf den anderen einen Tritt versetzt hast? Ich war vielleicht jung und naiv. Aber du... Du warst grausam. Grausam? Ich? Du weißt gar nichts. Du weißt überhaupt nichts. Warte! 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 Lass mich! Wir können sie nur gemeinsam finden. Du und ich. Du hast recht. Vielleicht wartet sie wirklich vor meinem Büro. Lass uns hinfallen, ja? Schaut mal! Meine Tochter! Was ist das denn? Schaut! Jetzt warte, warte! Ich möchte auch was sehen. Siehst du das, Mira? Das ist in Deutschland. Sie singt in Deutschland. Nicht schlecht. Cool. Wie schön, wie Aracet. Ich bin hier und tiefe mir her. The reason that I'm singing. I need to find you. I gotta find you. You're the mission piece I need. The song inside of me. I need to find you. I gotta find you. This is real, this is real. I'm exactly where I'm supposed to be now. Let me let the light shine on me. Now I've found you. Kannst du sehen? Ja. Und Cousine ist ein Bühnenstar. Ja. Erkennst du sie? Toll, nicht? Du kannst stolz sein an ihn. Ich weiß. Ich weiß. Hier? Hier? Lass dich überraschen So! Hier? Na ja, du musst dir das Ganze natürlich dekoriert vorstellen. Alles voller Blumen! Hier hast du Luft zum Atmen! Die Toiletten sind gleich nebenan! Das ist doch perfekt, oder? Ja, und wo tanzen wir? Wozu denn tanzen? Sie können sich ja ganz in Ruhe beraten und ich komme dann einfach später nochmal wegen Speisen und Getränken rechnen wir einfach nochmal separat. Ja! Die kochen ja nämlich fantastisch! Und weißt du, was das Beste ist? Ich habe hier sensationelle Sonderkonditionen. Na und? Weißt du, ich finde eine Hochzeit ohne Tanzen, das ist wie... Das ist wie eine Ehe ohne Sex! Wie eine Ehe... Na super! Ich denke, ich mache dir eine Freude und... Aber seitdem du weg warst, da... Na... Willst du auch ein...? Was ist das? Na, Pfefferminz! Wie lange kennst du mich schon? Ich hasse Pfefferminz! Warum kannst du dir das nicht merken? Wie lange? 寢 Quellen nicht noch! Amant der Pfefferminz! Mit Floristen! Liebe Mama, mach dir keine Sorgen. Ich bin in ein paar Tagen zurück. Hab dich lieb, Mira. Was? Lassi, was ist mit Mira? Wie, wie Rucksack? Ja, und Jule, ich meine, hat gar keine Ahnung, wo Mira sein könnte? Keine SMS, kein Anruf, gar nichts? Ja, nein, nein. Ja, ich weiß. Ja, macht nichts. Vielen Dank. Lassi! Was ist denn passiert? Hattet ihr Streit? Oh, wie siehst du denn aus? Ach, das ist ja meine Freundin, raubt mir den letzten Nervlook. Hast du irgendeine Ahnung, wo sie sein könnte? Nein. Hat sie Geld dabei? Gute Frage. Oh, hier. Ja? Ach, du bist's. Vielleicht ist sie aber deiner Mutter. Du hast mir doch immer erzählt, dass sie so an ihr hängt. Ha? Robert, meine Mutter lebt auf Teneriffa. Naja, ich mach mir halt auch meine Gedanken. Nein, ja, ist ja lieb von dir. Hm? Ja, ich dich auch. Okay, ja, bis später. Tschüss. Das glaub ich nicht. Gut erzogen, das Kind. Sag mal. Was ist denn meine Kreditkarte? Sag mal, ist die von allen guten Geistern verlassen? Sassi, Telefon! Sag mal, wo steckst du denn? Sassi? Willst du nicht mal rangehen? Hey. Bye, und dann... Dann verflüchtigt sich die Liebe. So ein Blödsinn. Denn Robert ist manchmal ein echtes Ekelpaket. Und du willst ihn trotzdem noch heiraten. Mira, jetzt reicht's. Damals ging es nicht einfach nur um mich und deinen Vater. Es war viel komplizierter. Ich erklär's dir ein andermal, ja? Ganz in Ruhe. Aber jetzt... Guten Morgen! Ihr riecht es nach frischem Thymian und ein bisschen Ärger. Kann das sein? Was macht der Hund hier? Der ist doch entlaust. Ich hab morgen nur Kunst und Musik. Und Mama will schon wieder nach Hause. Dabei war der Weg so weit. Und es war so schwer. Ich hasse dich. Mira, bitte. Naja, vielleicht hat sie ja wichtige Termine in Deutschland. Mhm. Oder? Saskia. Ich zeig euch Marrakesch und Umgebung. Und ihr fliegt auch erst übermorgen. Ja, bitte. Mach nicht immer alles kaputt. Das hier ist das moderne Marrakesch. Zwei Gesichter einer Stadt. Ein ziemlicher Kontrast. Findest du dich auch? Voll krass. Aber total toll. Sag mal, magst du eigentlich Pferde? Pferde? Ich liebe Pferde. Ich wollte schon immer reiten lernen. Aber irgendwie hat das nie geklappt. Wieso? Nur so. Ja? Ach, Robert. Komm. Na, wie geht's? Was ist denn das für ein Lärm bei dir? Sprich doch mal ein bisschen lauter. Nein, stinke einsam fühle ich mich. Warum meldest du dich nicht? Warum rufst du nie an? Ach, Robert. Du weißt ja gar nicht, wie kompliziert das hier alles ist. Ja, aber uns geht es gut. Wir kommen übermorgen zurück. Übermorgen? Was machst du denn dann, Marrakesch? Alte Geschichten aufwärmten. Hast du Mira wenigstens mal ordentlich den Kopf gewaschen? Ach, Robert. Mira will ihren Vater kennenlernen und das steht hier auch zu. Nein, ich lass mir nicht auf den Nase rumtanzen. So ein Unsinn. Robert, jetzt reicht es. Wirklich. So einfach ist das alles nicht. Du, Papa. Klingt nicht übel. Bitte sehr. Ja, wir hätten gern drei Tee und gemischtes Gepäck, wenn's geht, bitte. Natürlich. Gern. Weißt du eigentlich, dass Mama heiraten will? Schon. Wieso? Ja, ich finde, irgendwie passt der gar nicht zu dir. Der ist so kleinlich. Und außerdem total eitel. Ich wette, der guckt tausendmal am Tag in den Spiegel, um zu sehen, ob er ja noch so schön ist. Und dann gibt's noch Geschichte in den Spiegel mit dem Abstand aus dem er lang assist turnout, nämlich auf den Abstand ausseiten.